ja hallo zusammen da bin ich wieder mit meinem display zu empire und genau wir haben letztes mal hier in der asiatischen kampagne unterwegs in der ersten mission noch wartet mal ein kopf über das hat ein bisschen verrutscht das nervt manchmal so und wir haben beim letzten mal tatsächlich am ende der folge schon dieses dieses flugfelder da platt gemacht von den rebellen genau wir sind im krieg gegen rebellen und ich würde sagen wir bauen hier einfach mal papier für als verstärkung für die unten die anderen die machen nämlich hier unten alles platte ich würde sagen wir machen jetzt einfach mal weiter mit unserem kreuzzug hier über die karte so wir sind nämlich bei pking ist das glaube ich wo wir hier sind oder wir sind auf jeden fall in china steht nix aber ich denke nur es ist ja und ach man das mit dem kopfhörer das stört mich so jetzt so weiter marschieren hier über die map weil das was ich hier gesehen habe das kriegen wir kaputt ohne frage das kriegen wir kaputt was ist das denn wartet mal pandora 2 der ist aber groß die sind aber fett hier okay dann halt erst mal alle du bist doch ein heiler oder bist du bist kein heiler was kannst du denn dann wenn du dich heilen kannst kommt weiter durchfressen hier so ach du scheiße riesen zeus riesen roboter was ist denn da hier so warum zum teufel so große okay aber hey dann aber das fällt hier eigentlich auch schon fast aufgeräumt würde ich sagen du heiliger das sind jetzt aber wo der jetzt her kommt weiß ich aber auch nicht das ist jetzt aber ein bisschen viel langsam ist das ein bisschen viel tatsächlich hier aber kriegen wir hin hey kriegen wir hin das kriegen wir kaputt das zeug sehr gut das zeug kriegen wir kaputt wunderbar hier ist kein workshop weg damit gut oh man da wirst du jetzt alle erst mal wieder zurück kommen ja gut da kommt man zurück alle mal ein bisschen hoch heilen hier die ganzen männer und dann lief das doch gar nicht mal so schlecht jetzt der erste angriff warum war mal ein paar mehr dacht post und ich weiß nicht so was schiffe bauen wir haben ja jetzt zwei kriegsschiffe wir haben jetzt zwei kriegsschiffe so ihr könnt doch dann hier diese türme im arsch machen darum sind flugfelder das weiß ich stellt euch mal hier auf da mal gucken ob ihr das wegbomben könnt alles hier die krankenhäuser in der modernen zeit die haben so eine schöne reichweite so dann einfach mal hier hoch vorne äh ah ok nein das war es der gegner hat auch ein kriegsschiff ne bismarck na gut ne bismarck warum haben denn japanische rebellen ne bismarck ist fast zur helle ey echt mal naja mach dir mal das kriegen wir kaputt sogar geil das kriegen wir echt kaputt das schiff einfach ein bisschen bewegen dann passt das ah der schießt nämlich schön daneben die ganze zeit ah schöne seeschlacht hier so wie was in der ersten äh amerikanischen mission hatten schlachtung mit fähig das war eine coole mission weg damit und dann haben wir eine reichweite von zehn ui was ist das denn hier ah ok ah das kriegt der turm schon hin das ist kein ding die können wir leider nicht hochhalten können wir keine abholz bauen doch wir können abholz bauen ah cool dann bauen wir die doch mal so als unterstützung hier ja und kappen so die hofschrauber direkt weg sehr schön wie weit sind die hier unten oh ja langsam aber sicher langsam aber sicher so da und dann hier oben oh nein ach verdammt ja gut mach den turm im arsch sehr schön so oh nein oh Gott Attila wieder hinten was oh weitere gute Nachrichten oh Kahn eine der Basis der Rebellenfraktionen wurde zerstört jetzt dass sie eliminiert ist können wir mit geringerem Widerstand durch die anderen rechnen okay das waren meine Flugzeuge gar keinen schlechten Job gemacht hier richtig gut so das heißt wir haben eine Sache platt gemacht von denen das ist gar nicht mal verkehrt so du kannst doch dann genau sehr gut das Schiff ist richtig richtig gut hier so boah macht das einen Schaden geil macht das Schiff einen Schaden richtig nice ja diese Panzer bitte weg machen so und dann da oben das Ding genau diese Haubitze da jo die Apolls die haben was zu tun finde ich gut ja wisst ihr was generell geht mal bitte wieder zurück und ja der hat hier seinen Spaß finde ich gut so ja die erste Mission die geht ja noch ne die geht ja noch aber es ist tatsächlich auch halt die erste Mission man weiß ja nicht was dann auf uns zukommt aber wie gesagt das was wir hier sehen das geht halt noch oder bist du rat aber wir die Häuser kaputt machen nee lass mal wir müssen dann hier hinten ach du scheiße oh nö nicht durch so einen Gebirgspass was ist denn da angenehmer die Flammenpanzer die wir beim letzten Mal hier gesehen haben oder der Gebirgspass mit vier Flugfiltern ja gut aber wenn es nur Flugfelder sind ist jetzt die Frage ist jetzt tatsächlich die Frage ne gehen wir hier hin kommt gehen wir mal da hin ich finde auch unsere Farbe cool so dieses ne ja und grün das hat was Freunde das hat was finde ich richtig stylisch und schloss der Turm weg der Turm ist weg sehr gut so dann können wir ja diese Artillerie dahin abhut machen na gut das ist dann ein Todeskommando verdammt aua weg 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 oh gottes will ok alles klar da kommt man bitte in die in das Dock zurück zieh die Bismarck runter so so schuldig was an diese Awe ja da kümmern wir uns mal um den hier oben tatsächlich ihr Geheimnis ist sicher ok lustig lustiger Typ oh Gott sei Dank puh ah ne der heilt sich nicht doch der heilt sich nein ach jetzt hab ich den am Arsch ach verdammt ja gut äh wir haben hier unsere Flugzeuge das war jetzt nicht so cool aber ok ähm gut dann rein da ja für das Volk für das Volk genau ich warfe ach du Scheiße der ist aber ganz schön weiter oben der Turm los geht's ach nö keine Artillerie Aua boah diese Artillerie in dem Spiel die ist einfach zu übertrieben äh ha ha seid ihr lustig ha ha seid ihr lustig ey diese Artillerie ist einfach zu heftig alles auf einen Schnack ne Freunde äh haben wir hier irgendwo 23.49 ja äh laden wir mal den das war keine gute Idee das war keine gute Idee ok ok freunde ähm dann würde ich sagen lieber da lieber nicht hin lieber nicht ne ok wir haben aber dann noch dieses könnt ihr mal aufhören hier vorzulenzen ihr arbeitet alle nicht was soll denn das das Schiff ach das hat gerade den Turm platgekriegt ja ok ähm dann macht bitte diese äh Panzerabwehr da hinten im Arsch bam ach warum kann das Ding denn schon schießen äh ja dann weg komm hau ab ist mir zu blöd so ähm dann brennt hier irgendwas da brennt ein Ton und brennt ein Ton gut dann gehen wir nicht zu den blauen dann gehen wir halt zu den Typen mit den äh mit den Flammenwerferpanzern na wartet mal da können vielleicht die Minotaurin aushelfen hier so wo waren die denn hier waren doch irgendwo Flammenwerferpanzer von dem Gegner oder hier vorne oder was ah hier waren sie ok alles klar Freunde abrollen kannst du die Fraktionsschild machen genau damit er keinen Schaden wegkriegt so wunderbar hier dann machen wir hier so einen Angriff genau zack hier da so dann den bitte heilen na verdammt ja ok aber dann haben wir zumindest hier schon mal die Flammenpanzer Schirmans weg die Flammenwerfer Schirmans ja wunderbar hier so da kann das ganze Team 1 mal kommen weil die Flammenwerfer werden böse gewesen geworden deswegen was macht ihr was macht ihr da ich hab euch doch gar nicht befohlen naja ok aha alles klar dann was ist das denn hier ey Apfel was machst du denn was macht ihr denn ist der verrückt geht ja einfach da alleine los so du kannst bitte diesen anderen Abfall heilen so perfekt dankeschön der Blaue lebt noch wie der Blaue lebt noch warum lebt denn der Blaue noch so da kommen sie ich hoffe ich hoffe wir werden angegriffen aha die Hubschrauber na nix da hier nix da Kollegen so und kabam es ist so nervig ne es ist so nervig da muss ich jetzt extra wegen einem Hubschrauber hier die Flieger da was wo kommt die denn jetzt her äh wo kommen die denn jetzt her wartet mal wartet mal äh geht mal da oben hin bitte wo kommen die denn her naja ok ähm gut Team 1 los hoch hier und dann diese beiden Türme da erstmal weg machen so und weg dann ach nee haben die schon wieder Artillerie boah die sind so krass diese Teile ne wartet mal ich hab ne andere Idee ne nehmen wir jetzt äh mal diese beiden Generäle machen die Art hallo machen die Artillerie platt ich hoffe das klappt boah ich hoffe das geht ja sehr gut ok diese Drecks Artillerie so kommt ihr dahinter ne leider nicht aber ihr könnt die Türme platt machen oder ähm besteht keine Hoffnung für ein Überleben der VFR Nation shit das funktioniert doch nicht ja es ist in Ordnung ich hab's doch kapiert wir haben verloren oh man äh ok sorry Leute ähm das ist einfach so ein bisschen trial and error gerade hier so ähm na gut ah der abholen muss noch mit so das haben wir gerade so schön bereinigt hier auch die nerven mich aber auch mit ihrer Artillerie da die nerven mich aber auch damit gerade die Flugzeuge könnt ihr hier hin habt ihr genug Sprit habt ihr genug Sprit für da oben ich mein das wär's ja ne dieser Sound ist geil ah ah und ihr geht bitte arbeiten wartet warte mal und du gehst bitte mal hier hoch und baust hier weitere Flags auf ja keine schlechte Idee kommt ihr da oben hin ja Kommandant ja das sind die Einheiten okay aber ihr kommt tatsächlich da hin ach das ist ja natürlich mal mega geil jetzt okay Artillerie wegmachen so und hier diese Artillerie auch wegmachen so ach geil ja okay dann ist das ja easy hier dann können wir hier mal ein bisschen Spaß haben Freunde dann können wir hier mal ein bisschen Spaß haben sehr schön alles klar ach ja danke dann macht ihr hier weiter die sind so hilfreich das ist unfassbar die sind so hilfreich diese Flugflieger nein so alle bitte ja sehr gut Freunde sehr sehr gut alles klar dann haben wir die Artillerie schon mal weg perfekt Freunde die Flammenwerfer schirmen uns ja die hätten böse werden können für meine Meniken aber da haben wir gleich auch schon wieder drei Folgen voll krass für eine Mission aber gut ist halt die letzte Kampagne ist halt die letzte Kampagne was will man da erwarten muss halt schwer sein und lange dauern so hier sammeln wir werden angegriffen what was machen die denn da hey was machen die denn da sag mal Wächter ah das sind die besseren wir haben nur Wachposten ja stimmt aber aber wir gewinnen das guck mal wir gewinnen das wo denn jetzt schon wieder ach hier ok ja passt so dann hier alle hier hoch der Artillerie ist jetzt weg guter Schachzug da eben so was hat er da ah Flakpanzer hat der Junge ah gut ok dann mach bitte diese Flakpanzer weg hier boah haben die alle hier so Flakpanzer weg machen so sehr schön sehr gut das ist klar da können wir hier auch erst mal aufräumen für das Volk so eine geile Stimme so es ist doch behämmert weißt du was hier oh die Luftrauer kaputt machen so und hier bitte aufmachen so aufmachen Besuch von China ist da und hier hier ja das läuft das löpt ja ok aber das kriegen wir doch hin das ist ja kein Thema oder du kommst ja wohl dahin Straßensperre ok aber wir marschieren jetzt einfach hier rein machen alles im Arsch die fallen mit die Fliegen die Gehäule richtig gut weißt du was dann hilft mal das Flugfeld hält ja übelst viel aus hier ok oh wo denn jetzt schon wieder ach der Turm ach ok wieder auf den General natürlich ne klar da und kabam so oh keine gute Nachrichten diese Rebellenfraktion wurde besiegt von ihr ist kein weiterer Widerstand zu erwarten ja perfekt dann haben wir es doch eigentlich oder wir sollten hier nur zwei von vieren kaputt machen oder wie ist das ja das dauert jetzt noch ein bisschen bis die da fertig sind hä oder müssen wir doch alles kaputt machen oh das wäre ja das wäre mies oder müssen wir jetzt erstmal diesen Doktor hier befreien war sehr gut unsere Ingenieure haben es geschafft einen Teil der Produktionskapazitäten unserer Docs wieder herzustellen wir können jetzt Transportschiffe bauen wir sollten eines bauen und doch das so schnell wie wirklich retten ich glaube zwar nicht dass wir das noch brauchen aber dann machen wir einfach mal eins komm äh Transporter glaube ich zwar nicht oh warum brennt denn der Panzer ich warte okay ach von von der vom Anfang naja stimmt vom Anfang ja gut ich meine dann haben wir das ja ne wir könnten den jetzt eigentlich auch über Land schicken warte mal gehen wir hier vorne hin so der Turm weg damit oh da ist ein Scharfschütze da oben geh du mal da hoch ach verdammt aua okay geh mal weg hier geh mal weg hier bevor der Scharfschütze ankommt so ähm gut kommen hier weitere Flieger nach oben nein kommen hier keine okay dann schick halt den Transporter da äh alter was ist die jetzt hier ne warum wo kommt die denn jetzt her hier rebellen Truppen okay puh äh so Glück gehabt so blöd sind die blöd ohne Kack so blöd sind die blöd okay bist du ein Heiler nein du bist auch kein alter raus da puh okay meine Güte so weg da und direkt hier unten hin so perfekt dann haben wir das äh zum Glück haben wir den da weggebracht so schnell wie wirklich ja der Turm hält nicht mehr lange ne sehr gerne jetzt vielleicht noch einen Panzer kaputt machen aber dann war's das oh puh okay ähm wie ist denn mein Schiff eigentlich hier oben ist mein Schiff hä sind da keine Flugfelder doch da oben ist auf jeden Fall Artillerie ne okay das sind nur Scharfschützen oh ja schießt ihr immer weiter da drauf da oben so äh jo dann D so Dr Kui Sung so Doktor Universität bauen damit Dr. Sung seine Rettung seiner Arbeit an der ESS-Technologie per funktionieren kann Dr. Sung wird uns außerdem dabei helfen unsere Militärproduktion zu reaktivieren ja dann bau halt eine Uni bringen Sie Dr. Sung zum Stützpunkt damit er seine Forschung fortsetzen kann wir müssen ihn vor Rebellenangriffen schützen wie ist denn der Stützpunkt Hauptstützpunkt ja okay vorweiter ja wir sind rechtzeitig davongekommen sag ich mal jo alles platt sehr schön da Dr. Sung oh Hufschrauber Hufschrauber Krieg meine Güte oh was kommt denn da alles an so ähm oh jetzt kommen sie aber jetzt kommen sie aber hier so die Uni ist fertig wartet mal was warum jetzt finde ich weiter jetzt was ist hier wieder irgendein irgendein doofer counter wartet mal Dr. Sung aber Dr. Sung ist doch ist doch er hier Dr. Kui Sung ja hier los komm hier rein ähm hallo wie schön wieder zurück zu sein und arbeiten zu können bald werde ich die Technologie perfektioniert haben und dann können wir diese Rebellen ausschalten ein für allemal ja ok aber das ist trotzdem uncool dass wir jetzt hier doch alles platt machen müssen das ist jetzt ein bisschen bisschen doof na guck mal ob ihr so weit fliegen könnt bin ich mal gespannt jetzt das wäre es ja wenn ihr da oben die Artillerie wegkriegen eine Einheit unserer Bauwarte wurde unserer Bauwarte der Schlange zum Beispiel der Flammenwerfer er sollte uns bei Anseulen kämpfen gegenüber Rebellen hilfreich sein diese Arbeit kann in der Kaserne ausgebildet werden brauchen wir nie mehr ein neuer Einwohner der Gladiatorpanzer das ist schon hilfreicher aber gucken wir erstmal ob diese Flugzeuge da oben hinkommen das wäre natürlich mega genial wenn die da die Artillerie wegkriegen würden so hier oben war glaube ich einer der Y-1 Bomber sehr schön da oben die Artillerie kriegst du die weg? kriegst die weg? oh mein Gott wie geil ihr kriegt die weg hier die Artillerien da oben ist aber eine Flak shit oh Gott da ist aber eine Flak ok aber ihr könnt hier schon mal ein bisschen Spaß haben das finde ich gut sehr schön ja wunderbar hier ja sehr schön da würde ich einfach mal sagen bevor wir das jetzt noch weiter in die Länge ziehen hier diese Kampferin diese erste Vision gehen wir einfach mal jetzt mit den Einheiten hier hin und äh ihr könnt bitte mal hier unterstützen hallo macht diese Flak im Arsch und kriegt ihr die noch weg? was? hauptsache der fliegt durch den Berg ja voll sehr schön sehr gut Freunde alles klar ja gut da würde ich sagen wenn das jetzt nicht klappt mit denen dann mach das war geil aus fertig mit meiner ESS Technologie können wir jetzt Polizeieinheiten in Gedankenkontrolle ausbilden und diesen lästigen Rebellenangriffen ein Ende bereiten Polizei? ah hier ok große Kontigente feindliche Endverträge zur Raison bringen der Bereitschaftspolizei ist auf über die Kaserne fliegtbar ja ich glaube endlich die Rebelleneinheiten sind besiegt jetzt können wir uns auf wichtigere Angelegenheiten konzentrieren nämlich auf unsere Wirtschaft und auf unsere technologische Forschung unser Ziel besteht jetzt darin die ersten zu sein die den Mars kolonisieren das ist unsere Bestimmung ah ok ich rieche Weltraum-Zeitalter aber gut Freunde das kommt dann erst in der nächsten Woche tatsächlich wir haben diese Mission tatsächlich noch in dieser Folge geschafft das ist natürlich genial ok wir haben es schon ach der hatte da unten noch was deswegen hat das nicht gezählt oder was jetzt nicht euer Ernst jetzt nicht euer Ernst ich hätte so viel viel Zeit sparen können ja ok ist aber nicht schlimm oh Gott hier wäre hier werden wir eh auf extremen Widerstand gestoßen aber hey gut Freunde das heißt wir haben die erste Mission dieser Kampagne tatsächlich durchgeschafft sehr gut und in der nächsten Mission geht es dann wahrscheinlich weiter im Mars-Zeitalter perfekt da freue ich mich drauf die Grenze der Belastbarkeit kommt dann beim nächsten Mal gut Freunde da würde ich mal sagen wie ich sehe weiter geht es lieber beim nächsten Mal wenn euch diese Folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lass die Glocke läuten äh würde ich mich sehr freuen jetzt jetzt gerne weiter den Kanal und ja wenn ihr Bock habt mal ein bisschen privat zu quatschen oder so mein Discord server steht in der Beschreibung würde mich freuen wenn ihr darauf kommen würdet und ja da würde ich sagen würde ich euch noch schönen Abend oder schönen Tag ne tschüss 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 bis zum nächsten Mal 19 23 25 27 21 аниз